Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bredi Bauta, sind wir schon wieder. Ah, und sind hier wieder voll in Action. Ich habe in der letzten Folge hier von dem Gäst da hinten voll einen auf die Zwölf gekriegt. Müssen wir hier gerade... Wie ein Frieden, du Arsch. Müssen hier ein bisschen Schutzwall. Und hier mal, äh, wo jetzt? Oder der sieht mich da durch, oder was? Das nervt ja. Müssen wir aber langsam alles zu sein hier. Müssen wir hier immer so ein bisschen Schutz bauen hier. Sonst ist man ausgeliefert. Aber das muss ja nicht sein, so ist wirklich ein Steigen mehr. Ich komme hier nicht durch. Äh? Aha. Das war aber komisch. Komisch! So, okay. Wo wollte ich denn jetzt lang? Ich wollte hier lang. Leider sind wir hier... Boah! Die bin ich aber ausgewischen, du! Mann! Warte mal, ich muss aber mal gerade die Teppe testen, ob ich überhaupt jetzt da hinkomme, wo ich hin will. Alter! Hier sind aber jetzt echt viele Gäste. Ich lasse euch tun. Wir sind mir zu viele Gäste. Das ist ganz einfach. Ich kann nichts tun. Ich kann hier langsam vorarbeiten, aber sonst... Das ist auch scheiße. Raus! Raus! Äh... Tja. Ist jetzt hier nicht so toll. Muss man mal ehrlich sagen. Ist der weg? Weil das hier immer ein Soul Sand ist, ist natürlich tödlich. Wenn man hier so langsam drauf latscht... So lange ich hier voran laufen kann, ist es in Ordnung. Aber jetzt mal ernsthaft, schlossmäßig ist hier nirgendswo was, ne? Ich habe keine Fackeln mehr. Jetzt gibt es doch gar nicht. Hm. Ja, liebe Leute. Das ist natürlich schlecht. Where should I go? Ich würde gerne da rüber. Ja, okay. Das ist auch noch eine Pinsel. Da komme ich so gar nicht. Schau her hin. Ja, ja, ja. Da muss man sich rüber tangeln. Oder von da. Jetzt geht es auch los hier. Ja. Na, hier würde es runter gehen. Jetzt doof ohne Fackeln, muss man mal sagen. Ich kann mir aber auch im Netzwerke keine bauen. Das ist ja das Doofe. Hier gibt es ja keine... Oh, guck mal. Ich habe eine Infernal Princess. Oh, die ist bestimmt wertvoll. Was auch immer man damit machen kann. Was? What the fuck? Nicht hier weg, ne? Aber ohne Rücksicht auf Verluste. Ist jetzt mal gut, ey. Ich versuche jetzt hier mal irgendwie, äh, ein bisschen runter zu kommen. Das war einer zu viel. Scheiße ohne Fackeln, ey. Ach, vielleicht sollte ich hier, oder? Mal den ganzen Weg zurück. Mal her. Scheiße ohne Fackeln. Ich sehe nichts. Bringt nichts, Leute. Ich muss zurück. Sicher ist sicher. Wisst ihr doch. Wo es mein Safe hat. Oh Gott. So, jetzt klingelt da das Telefon. Das ist ja unfassbar. Dafür entschuldige ich mich jetzt. Das tue ich sonst nie, aber dieses Mal klingelt das Telefon. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu doll. So, warte mal. Hier ist die Höhle. Äh, wo bin ich denn hergekommen? Hier nicht, oder? Doch. Klar, hier. Hier. Na, ist gut jetzt. Ich versuche das rauszufiltern. Hört ihr das nicht. So, hier rum. Und dann. Da geht's schon wieder los. So, wie pickt ihr da. Komm her. Komm her. Ja, guckst du. Kommst du wieder hoch? Kein Bock mehr. Komm her. So einfach geht das. Du auch, oder was? Komm her. Critical. Damn. Weg mit dir, Junge. Da ist noch jemand hartnäckig. Am Telefon. Bin ich hier überhaupt? Ja doch. Ich dachte gerade, hä? Au. Ab nach Haus. Fackeln holen jetzt. Reicht's mir hier aber. Boah, dieser blöde Soul Sand hier überall. Weißt du, Soul Sand? Ohne Ende. Aber mal so ein Schloss. Nö, Brilly. Kriegst du nicht. So eine Pisse, ey. Naja. Bin gerade Fackeln holen. Vielleicht soll ich mit zwei Stacks Fackeln durch den Netter latschen. Slots haben wir da eh genug. Können wir einfach zwei Stacks machen. Okay. Das ist ein Grafik-Bug hier. Den ich so auch noch nicht gesehen habe. Ist der massiv? Ne. Hätten mich auch gewundert. Also, Grafik-Bug mäßig haben wir heute einiges zu bieten. Hier. Ah ja, hier bin ich ja krass gestorben. Keiner weiß wie. Ne, wollen wir hier, äh. Tick, tick, tick. Das kann weg. Das, 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 das. Und das. Ah, die lassen wir mal. So. Ähm. Meine Range. So, dann holen wir uns mal 32 Kuhle und 32 Kobolds. Und dann machen wir uns mal schön zwei Stacks Fackeln, Leute. Dann geht richtig hier die Luzi da im Netter. Kann ich euch aber sagen. Das wäre so schön, ey, wenn ich endlich Dings finden würde. So ein Schloss, oder was das ist. Okay, können wir da zurück. Ah, die Range, die lassen wir lieber hier. So. Der Grafikmark hier fasziniert mich, muss ich sagen. So einen schönen hatten wir lang nicht mehr. Heh. So ganz nicht Minecraft-typisch. Dieses, äh, langgezogene Gerade, was aber nicht in einer Geraden der Minecraft-Welt liegt. Ja. Quasi diagonal. Wunderschön. So, auf geht's, wieder zurück. Vielleicht sollte ich mich auch einfach mal hier über den See, wenn hier kein Gäst ist, kann ich mich ja auch mal über den See hinweg bewegen. Aber man weiß es nicht. Wenn ein Gäst auftaucht, habe ich natürlich, ja ich höre schon, habe ich natürlich eine Arschkarte. Na gut, bleiben wir erst mal beim alten Plan und gehen da hinten gucken. Ehh. Ist die Böse? Scheint nicht so zu sein, das ist okay. Och. Ah! Da erschrecken sie mich. Kann ich hier durch? Bin da wieder... Okay. Haben wir jetzt hier auch einen Gäst? Ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Oh. Alter, jetzt hab ich mich zweimal gehittet, ey. Jetzt muss ich mich gerade retten hier. Mann, Mann, Mann. Ist da hinten rüber. Äh? Was ist das denn? Skeleton. Schwarze Skeleton. Bats? Hat er was fallen lassen? Hm. Spider. Lässt den weißen Knurren fallen, oder was? Was für ein Arsch. Wollen wir kurz ein bisschen recken? Reggi, reggi hier. The Reggi Party. Ah. So, warte. Rennen wir mal hier schnell rüber, damit es der Gäst da nicht auf den Senkel geht. Was mit euch? Oh ja, ihr habt mich getriggert. Ihr habt mich getriggert. Hilfe. Alter. So, hier müssen wir rum. Zackki, 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 zackki. Da oben war ein Pigmener. Aber ich glaube, sie haben mich nicht gesehen. Hier rein. Ich glaub, hier runter, ne? Wenn ich mal das safe hat. So, was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Irgendwas? Ich seh grad keinen. Aber das heißt nix. Wo war denn jetzt unser... Wo ich runter wollte? Das war doch hier irgendwo. Da, ne? Hier wollte ich runter. Einmal Fackel. Fackel. Äh, hier, Dings. Welche soll? Ash Clouds hier mitgenommen. Keine Ahnung. Wofür das gut ist. Fackel. Gut. Ja. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Auf jeden Fall. Uh. Das ist nicht gut. Was? Nein, nicht hier. Nicht hier. Das ist total scheiße hier. Das ist total scheiße hier. Toll, ey. Überall Lava, oder was? Ich hab doch da von unten geguckt. Das kann doch gar nicht sein. Ich geh' noch mal gucken hier. Timer. Liebe Leute, der Timer ist schon wieder abgelaufen. Oh, ich guck grad noch mal. Da war doch. Ich dachte, da wär, äh, äh, hier, von hier. Da wollte ich doch hin. Ist gar nicht so tief. Ich geh' noch mal von hier. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen und, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich mach's gut. Ciao, ciao.